Jo Leute, was geht ab? Game of Kocos hier am Start und wir spielen weiter Stray und zwar, ich glaub, Gefängnis. Hopp. Na, geht doch jetzt mal rauf da. Die Ansicht ist echt gewöhnungsbedürftig. Jetzt werde ich aber wirklich sauer. Toll, da werden ihr Roboter gefoltert. War irgendwie auch zu erwarten. Na, komm ich da hoch? Ja. War irgendwie auch zu erwarten, ne? Ist da wieder Drohnen oder was war das hier? Ja. Oh, ich hab kein Bock auf die Viecher. Nervige Drohnen. Na, ich hab ja 10 Liter reinpricht. Danke. So, wir sind doch nach oben. Ja, hier sind wir. Näh, roll. Musik. Was kann ich hier jetzt machen? Gar nix. Hm. Was ich jetzt hier genau machen kann, weiß ich jetzt auch noch nicht. Muss ich gleich mal gucken. Ich fliege weiter, Drohne. Nerviges Kackding, ey. Wie kann ich... Äh. Du 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 du. Alter. Oh, jetzt hab ich den nicht mehr noch doof, ne? Ich bin doch so blöd. Hey, ich hab's geschafft, jeeeey. Und jetzt? Ja, das machen wir doch. Ja, was ist da hinten rum wahrscheinlich. Ja, doch, ich gehabt. Pff, Teleportation oder was? So. Schließ mal auf, Kollege. Schau. Das Gefängnis hier. Also, doofes Gefängnis, sorry. so leute weiter geht es hier mit dem spiel zum 2000 gefühlten mal immer irgendwas schief geht so ist was was ich war meine maus reagiert nicht oder dies oder das langsam nervt das doch ich werde nun mal noch freund befreien bleibt ein guck mal so strom weg und dann muss ich jetzt meine freundin freundes es geht mir gerade richtig auf den pisser aber so richtig so 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 So, jetzt habe ich ihn endlich. So, wann kommt die Kackdrohne wieder? So, komm, beweg dich, Kackdrohne. So, ein Stück weiter. Weiter. Komm, komm, komm. Oh, weh, die fährt wieder zurück. Oh, sein Ernst? Schnell weg hier, ey. So, endlich, ey. Mein Gott, nochmal. Guten Tag. Hab dich auch lieb. Ich hab mich gefühlt, als ob ich wieder ein Computersystem meines Labors gefangen wäre. Ich kann alles, aber das wird es erstmal gewesen sein. Ähm, und wir sehen uns in der nächsten Folge. Euer Gamer Koko. Juh, Leute, was geht ab? Gamer Koko ist wieder im Start, äh, im Start bei einer neuen Folge Stray. Weiter geht's. Ich sag, das ist die Befreiung aus dem Knast. Oh, das wird Ihnen nicht so los. Hm, das ist nicht. Na, ist das a 4? Ist ja gar nicht laut so was, ne? Na, du hast es drauf. Oh, nicht schon wieder. Immer beim Spielen, gib mir dieses blöde Programm auf den Sender. Und hopp! Sorry, ich dachte mir aber irgendwie... ...nervt das Programm da gerade tierisch. Schlechte versperren mal wieder den Weg, sie werden mich sofort bemerken. Kannst du versuchen sie in die Zelle zu locken und sie dort einsperren? Geh doch jetzt rein da. Geh doch weiter. Geh doch weiter. Geh doch weiter. Geh doch weiter. Oh mein Gott. ausgetrickst du das ding der roboter ich hatte diese drohen ja sorry leute dass ihr so halb verendet rumliegen ist vor allem er hier ist ja schon völlig tot war der kollege diese arme kann erscheint dass die wächter erbarmauslos sind wenn man sich ihnen widersetzt das habe ich befürchtet sie haben ihn komplett keine gefühle klingt gerade nicht so super sorry leute hier gab es ein kleines technisches problem auch man das doch kacke das nervt mich doch jetzt naja sind wir weiter sorry leute schauen wir uns mal um ich bin ja eine mieze ein bisschen krall ab jetzt null soo das hier die kontrol-kontrollpunkt oh Untertitelung des ZDF, 2020 Wow Give us money in Rome Let's go in Rome Und Vollgas weg Los geht's Alter ist der im Rasen Wo ist er denn jetzt lang? I don't know Tut mir leid Da geht's doch gar nicht weiter Na egal Äh Eine, da Inventar Ah die Batterie Drom war glaube ich da unten Alle eine Atombatterie. Ja. Oh. Strom ist drauf. Sehen wir mal, ob der Shoppen auch, ob die U-Bahn auch noch läuft. Oder ob da irgendwas anderes mit kaputt ist. Na, wo ist vorne? Da ist vorne. Hopp. Hey. Hey. Na, okay. Das hätte ich nicht so sagen. Leute, sie rollt. Yay. Ab zur Außenwelt. Ciao. Kontrollraum. Ich würde sagen, Leute, das war's. Und bis zum nächsten Mal. Euer Gamer Goppa.